Wunderschönen guten Morgen und Happy Monday. Ich war vorhin schon so, dass ich dachte, irgendwie heute ist Sonntag. Nein, es ist Montag. Ich hoffe, ihr habt schon alle ganz gut oder ihr seid schon alle ganz gut in die neue Woche gestartet. Unsere Nacht war gut. Maximilian geht es auch immer besser, was mich sehr freut und ihn natürlich auch. Wie gesagt, heute steht ja noch der Zahnarzttermin aus und ich nehme jetzt dann gleich eine neue Podcast-Folge auf. Seit langer, langer Zeit wieder mit der Niki, denn wir haben ja zusammen einen Podcast, der jetzt, ja, viele Wochen in Sommerpause war. Und jetzt geht es endlich wieder los und ich freue mich sehr. Also ihr könnt euch auf neue Folgen freuen. Und auf, und auf, und auf, und auf, und auf, und auf. Ich würde übrigens sehr gut konditionieren mit Snacks. Dafür tut er alles. Nachdem ich ja weiß, dass ihr euch auch immer für vegane Produkte interessiert, die man zuerst probieren kann, die gut sind, die man weiterempfehlen kann, dachte ich mir, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick in unsere Speisekammer sozusagen. Und ihr könnt ja abstimmen, was ihr davon schon selbst probiert habt und ob ihr es auch lecker findet oder eben nicht so. Ich bin gespannt, wie viel wir schon gemeinsam probiert haben sozusagen. Und ich bin gespannt, wie viele Wochen inzwischen rum pat Kollegen, was ihr denn daer Needですか. Danke schön.